Spitzenköche sorgen für Denkanstöße. Im vollbesetzten Auditorium geben neun hochkarätige Protagonisten Einblick in die Zubereitung aktueller Kreationen. Die vierte Ausgabe der Chefalps widmet sich in diesem Jahr den Erfolgsrezepten in der Ortgesin. Wie findet ein Spitzenkoch seinen einzigartigen Stil, seine unverwechselbare Handschrift? Um diese Fragen zu beantworten, hat die Chefalps-Organisation neun renommierte Köche aus sieben Ländern eingeladen. Ihre Kochshows sorgen bei den Besuchern für jede Menge Gesprächsstoff. Aber auch abseits der Bühne gibt es einiges zu diskutieren und schnabulieren. An den 30 verschiedenen Marktständen mit Köstlichkeiten aus aller Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020